Ja, dann willkommen zurück zur neuen Folge. Ich habe gerade die andere aufgenommen, aber nö. Ja. Wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, will ich das ja dann so machen, dass das auch passig ist. Nö. Mal gucken, wie lange ich das durchziehen kann. Okay. Ich glaube, die kann ich wirklich nur mit dem Schiff, ne? Äh, ich hoffe, hier sind keine Haie. Doch, sind. Äh. Ich bleib mal kurz hier oben. Mhm. Da sind die Schätze, da sind die Haie. Noch wurde ich nicht entdeckt. Ich schwimme mal kurz zurück zu Land. Und suche mal nach einem Boot. Sehr schön. Beeil dich, Kassandra. Aber wir haben noch keine Kampfmusik, also dürfte es eigentlich noch nicht, äh, ne? Ja, okay. Und hier kommen wir auch wieder in Gewässer, wo sich Haie normalerweise nicht vorwagen. Aber, ja, man weiß ja nie. So. Einmal bitte hier rumüber. Nö. Ups. Ja, wir wollen ja auch nicht weit rausfahren, wir wollen nur da vorne hin. Sehr schön. Ich glaube, wir könnten mit einer kleinen Nuschal alles bereisen. Nein, das würde kaputt gehen. Leider. Äh, ja. Wenn das Boot hier kentert, dann schaffe ich es nicht zurück ans Ufer. Ähm. Doch, wir sind hier vorhin geschwommen. Aber, danke. Ich weiß nicht, wie das funktioniert manchmal, aber... Ach, komm. Ich werde ihn zuerst besiegen. Ich muss mich konzentrieren. Oh, Mensch. Wollte. Den zuerst besiegen. Ah, die sind gemein. Ich bin auch gemein, ich weiß. Was ist denn der, den ich träge? Ich mal... Ich hatte schon bestimmt mal wieder nicht getroffen. Hier. Komm her. Ich treffe doch die ganze Zeit nicht. Die lachen sich doch schon kaputt. Der lacht sich doch auch kaputt. Oh, oh. Ist zwar das Zeichen für, äh, ist gleich tot, aber... Komm. Rohrbombe rein, fertig. Bin dafür. Ich hätte gerne eine Rohrbombe. Ein Harponierer? Was war das? Aus so'n Schiff. Hat auch nicht gebraucht, ne? Ich bin auch viel zu schnell weg, glaube ich. Ja. Okay, diesmal hab ich getroffen. Ja. 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 Ich bin doch Poseidon's Günstling. Komm. 50.000 Pfeile hab ich verballert. Muss doch Indiebar down sein. Ist doch mal Indiebar gut. Äh, komm. Alter. Ich dreh durch. Komm her. Nuss. Komm. Putti 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 putti. Fischi Lena. Fischi Lena. Oder eben, sich. Peter Lieb. Die Grüßchen. Komm. Die Grüßchen. Alter, der ... Dings... Vibriert. Alder. Ich glaube, die Sehne reicht gleich. Toll. Hat ja halt ein ... super gebracht, ne? Ja, geht doch. Mhm, da vorne. Ich seh dich, glaub ich. Einen zumindest. Die anderen waren doch auch hier irgendwo. Ich will die haben. Ich hab die nicht nur erlegt, ich will die haben. Okay, ich glaub ich krieg's ja nicht. Noch nicht. Irgendwann. Aber noch nicht jetzt. Sag schon, wo liegen die? Hm. Ja, ja, ich weiß. Ich guck gleich nochmal. Ertrinken war jetzt nicht so meine gewählte Variante. Ich glaub, ich find die nicht mehr. Also den einen hab ich gefunden, weil er grad doch gesunken ist, aber die anderen Haie, äh, wohl dann eher nicht. Ah, ne Schildkröte. Juhu. Ein paar Schildkröten, okay. Was sind die hier drin? Irgendwie gelandet. Keine Ahnung. Ah, Schildkröten und Rochen könnten öfter auftauchen. Die mag ich, die liebe ich. Die tu mir aber auch nichts. Hoffentlich. Bei dem Rest bin ich immer skeptisch. Ja, ich find die Haie nicht mehr. Nee, ich find die Haie nicht mehr. Ich muss auch nicht unnötig länger hier unten bleiben. Ich denke, das ist nicht gut für ihre Lungen. Wenn die sich mit Wasser voll fühlen. Ist nur so ne Theorie, aber, ne, muss man hier nicht ausdessen. Ähm. Ich guck mal kurz auf die Karte. Genau. Das haben wir. Ich glaub, ich geh erstmal hier hin, ne? Dann haben wir da noch ein kleines Inselchen. Was man mitnehmen kann. Oder was wir mitnehmen können. Aber vielleicht dann eher mit der Adarastea. Mal gucken. Je nachdem, wie lange das Brot sich hier hält. Nö. Okay. Wenn ich's kaputt mache, wär natürlich du. Also nicht zu weit an Land. Das Wasser ist ziemlich tief. Ich muss umkehren. Was? Wie? Wir sind fast an Land. Was hilft mir? Hä? War ich jetzt nicht verstanden. Ja, ja. Ist in Ordnung. Die kämpfen mal wieder gegeneinander. Also mit Anschleichen wird wohl heute nichts mehr. Zumindest nicht hier. Ah, das ist auch noch ein Silo. Gut, machen wir erstmal die Silos platt, ne? Ich glaub' 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 ich hab' die Fakul wieder mit ihm. Hätt' ich nicht mehr machen sollen, ne? Ja. War ne schlechte Idee. War ne schlechte Idee. Oh, ich glaube' ich glaub' ich glaub' ich glaube' ich hab' ich geh' natürlich auch' ich hab' ich glaube' ich empfie. Ähm, okay. Ich mach mal kurz weg. Das ist es mir wert. Jojo. Nö. Kämpf doch nur weiter. Na komm her. Alter, die würden mich auch töten, ja? Mord. Vielleicht noch Dings wegen Dings. Ja, hab ich noch. Okay. Ah, warte. Ich glaube, hier sind ja auch gerade keine Leute mehr. Gut. Ein Schatz haben wir. Einen Silo müssen wir noch zündern. Also, Silo zündern. Nein. Ach, wegmachen. Meine Güte. Pferdchen geht weg. Das ist nämlich nicht so toll. Yes. Ähm. Okay. Ähm, wo ist denn der andere Schatz? Da hängt noch einer? Trühchen oder so? Ähm. Ah, da. Bin voll dran vorbei. Ich hab doch da vorhin geplündert. Okay, gut. Dann. Ja, so ein kleines Teil hier, ey. Mimigen. Ja, ja. Das war's mir wert. Das war's mir wert. Und gehen wir mal hier zur... Löwenhöhle. Ach. Wieder weggemacht, ne? Haha. Weil ich es richtig korrigieren wollte. Dann ist sie da weggemacht. Ich bin so intelligent. Ja, ja. Hof von L.A. Haben wir... Abgeschlossen. Das wäre fertig. Genau wie die Tür. Dem Hintergrund zu viel. Oder zugeschlagen wurde eher. Naja. Wie gesagt, also Ruhe... Ist, äh... Mangelware. Definitiv. Immer. Egal wo ich bin. Irgendwie hab ich immer... Das. Nie. Da, ja. Ähm. Wo ist es denn? Wo ist denn das Tier? Da? Rinde? Ein paar Wölfe oder Raubkatzen oder? Wo ist denn da? Ops. Ich will da oben hin. Da war noch. Ich nehme mich noch mit. Ja, ich glaube es sind Raubkatzen oder so, ne? Löwen? Ja. Ja. Elf hat hier erledigt. Bist du dran. Und du. Na komm. Geh da. Hier. Ha. Komm, geh in die Richtung und sammle alles ein. Nein. Die Richtung. Danke. Cassandra. Wo denn? Ach, da oben. Da oben ist noch was. Ach ja, da kommt. Doch, doch. Das ist lila. Das nehmen wir mit. Aber nur, weil es lila ist. Oh, auch nur ein Brocken. Okay. Hat mich getäuscht. Hier ist noch was. Und dann haben wir soweit die Insel. Hier ist nämlich noch eine kleine Insel. Und hier ist noch der Silbergreif. Ach, der ist hier? Ach, echt? Okay. Okay, cool. Dann können wir den ja mitnehmen. Kommen wir den abgreifen, ne? Der krass. Ungefähr. Aber wie gesagt, wir machen erstmal das da von vorne. Na, immer schon alles da rein. Folge noch. Die ich mir im Kopf zusammenlege. Passt schon irgendwie. Wir nehmen uns da vorne, glaube ich, ein Boot, ne? Das andere wäre jetzt doof mitzunehmen. Ich kann ja darüber schwimmen. Ja. Ist in Ordnung. Na komm. Schwimm rüber, Kassandra. Schwimm, wie du noch nie geschwommen bist. Knallende Türen. Der Film. Inspiriert von... Jeden der Türen knallt. So. Nicht zu dicht an die Dings. An die Felsen. So, aber dürfte das jetzt auch gar nicht entfernt sein. Das muss hier vorne direkt sein, weil ich meine, es muss ja noch ein paar Meter in der Tiefe sitzen. Ne? So, genau. Warte mal, hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon mit den Schildkröten und so. Okay. Gut, dann halt nochmal. Das ist auch noch eine Truhe. Okay. Hier, ich hab mal die dann mit den Schildkröten, da hab ich doch doch so genannt. Schildkröten schwimmen. Gar keine Haie? Äh, bin ich mir nicht mehr sicher. Deswegen, frage ich. Hm. Ich war mir sicher, ich war hier schon. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich hatte den Ort meines Erachtens schon abgeschlossen. Ah, hab ich nur eins verpasst? Oh ja, okay, gut. Oh ja, okay, gut. Ich glaube, ich hab nur eins verpasst gehabt. Das andere hatte ich hier schon genommen. Ja, okay, gut. Ich hab eine Truhe nicht mitgenommen gehabt. Und da vorne noch was. Okay. Ich glaube, das ist doch für Insel, ne? Okay. Ja, gut. Das ist jetzt... Ich war tatsächlich schon hier gewesen. Wir haben auch alles mitgenommen. Nicht alles. Fast alles. Und eine Sache war dann doch noch da geblieben. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich wie Rufe im Hintergrund. Ja. Aha. Wieder so typisch. Kurz vorher immer, ne? Ach. Ja. Du kannst tagsüber aufnehmen. Das ist gar kein Thema. Du störst nachts mit deinem lauten Gerede. Tagsüber. Oh ja. Also wenn wir laut reden, das ist ja gar kein Thema. Das stört überhaupt nicht. Oder die Türen knallen. Ganz im Ernst. Immer dieses... Paradoxe. Meine Güte. Immer schön durchatmen. Irgendwann. Irgendwann. Hab ich vielleicht eventuell mal meine Ruhe. In einer neuen Wohnung mit, äh, keine Ahnung. Eine Menge Schallschutz oder so ähnlich. Vielleicht. Eventuell. Hoffen darf man ja noch. Hoffnung stirbt zuletzt und so, ne? Ja. Okay. Da vorne ist die Insel, wo der ist. Vielleicht. Nehmen wir mal die... Dieses Mod hier. Dieses Schiff. Ah, komm. Ein paar Minuten habe ich nämlich noch. Für die Folge. Weswegen. Nö. Ja, schafft man das doch noch. Ach, echt? Oh, jetzt hört er ab. Schade. Schade, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass er eben gerade hier gewesen ist. Und ist auch noch was? Zeig her. Ich hab immer nicht so das Gefühl dafür... Feingefühl dafür. Okay. Ist manchmal etwas knüffelig. Okay. Geh doch mal hoch. Was ist er denn? Der ist da vorne, ne? Ja. Oh. Ich glaube, er sieht mich hier nicht, ne? Nein. Doch, das ist er. Okay. Jetzt sitzt er da vorne. Oh. Guck mal, wie toll er doch ist. Komm zurück. Wird dich noch in dieser Folge schaffen. Okay, er bewegt sich. Er bewegt sich. Er bewegt sich. Kommt er zurück? Bitte ohne... Be... Begleitschutz. Wäre sehr nett. Okay, der läuft da hinten lang. Der Begleitschutz, meine ich. Komm. Ja. Bisschen dumm, aber... Schlemmer. Okay. Der Silbergreif ist fort. Das haben wir hier. Okay. Ah, okay. Ach, ja, ja. Okay. Bucht, äh... An der Plünderer Küste. Können wir noch machen? Schiff haben wir was? Okay. Ah, okay. Ja, ja, hier. Das, äh... Da kriegen wir immer was. Ähm. Okay. Ist gut. Oh, ähm. Interessant. Mhm. Ah, nehmen wir. Den nehmen wir. Nö. Das nicht. Bogen vielleicht? Nein. Ah, okay. Das ist hier. Ein Bogenmenü scheine ich nicht gründlich gewesen zu sein. Äh, ich hab da nämlich grad noch was gesehen. Ah, ja, hier. Aber ist kein guter Bogen. Äh, da ist das Dings. Nö, die Scheibe. Ah, ja. Haben wir aus Versehen gelöst. Nadel im Heuhaufen. Ähm. Gut. Guck mal, dass wir die Insel trotzdem noch befreien. Nö. Sind wir den Leuten hier schuldig? Ja. Ich bin mal so froh, dass die so verschwinden. Wie viele waren das noch? Offenen Kampf wollte ich nämlich vermeiden. Da vorne ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich würde aber warten wollen, bis der hier hochkommt, ne? Oder? Da ist noch einer. Okay. Vier Stück. Ungefähr. Da ist noch eine Truhe, die wollen wir auch noch mitnehmen. Und natürlich die Gefangenen wollen wir befreien. Ich mein, ich weiß nicht, wie viele das hier bringt. Die sind trotzdem noch auf der Insel, aber gut. Wenn da Gefangene drin sind, dann, äh, holen wir die raus. Hm. Okay. So, jetzt aber. Yes. Wieder geschafft. Paar sind noch da. Drei Stück. Okay, wo willst du hin? Wo willst du hin? Sag es mir. Bitte. Ah, okay. Doch nicht. Ich warte, bis er steht. Ah, er möchte gerne hier hoch. Gut. Kann er gerne haben. Nein. Hier ist keiner. Oder doch. Oh. Tod. Okay, er geht da unten lang. Ich dachte, er kommt hier nach oben. Ich hoffe, die Gefangenen sind jetzt nicht so laut. Ja. Komm. Ja. Ja. Joa, komm. Komm, ich befreue euch doch. Komm. Ihr dürft gehen. Jo. Ähm. Was macht ihr da drin? Mein Schatz. Ja, ist in Ordnung. Ich sagte, die kommen von der Insel nicht runter, ne? Ja, ihr müsst warten. Ey, ich glaube, das sind so Fässer, ne? Sag. Wie viele habe ich noch? Äh. Schatz. Okay. Wo ist der? Schatz. Hier? Oh. Hier. Tatsache. Dann haben wir es abgeschlossen, ne? Da gibt es noch was zu holen. Aber ansonsten... Auch gerade rechtzeitig. Ja, ein bisschen Überlänge habe ich ja immer. Also von daher. Aber, ja, doch noch im Rahmen geschafft und die Insel gecleared. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir. In das Inventar gehen wir trotzdem noch. Äh. Auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht Überlänge habe. Aber, ja. Nehmen wir aber dann mal in Kauf. Ja, wir nehmen den Helm. Ne? Schuhe, müssen wir gucken. Nee, können wir noch nicht. Sind eh zu schlecht. Okay. Dann sehen wir uns aber in der nächsten Folge. Bis dann. Bye. Oder auch noch nicht. Wir sehen uns noch nicht in der nächsten Folge. Ich habe noch 10 Minuten. Warum? Keine Ahnung. Dann versuche ich es mal auf den Punkt und dann schauen wir es doch nicht. Okay. Gut. Dann, äh, noch 10 Minuten. Noch 10 Minuten. Ähm. Weil Unterlänge ist mir ein bisschen zu doof. Also, da bin ich kein Fan von. Zu wenig. Äh, vor allem so 10 Minuten. Wie habe ich das so ausgerechnet? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich darauf kam. Nehmen wir das noch mit. Nö. Was waren das für Lager? Egal. Ein Steinbruch hier. Gedöns. Äh. Ich nehme mal den. Ne, den hier. Wir nehmen den hier. Äh. Ja, ich kann da gar nicht. Äh. Toll. Kann ich auf das Boot und dann schnell reisen? Jawohl, warte mal. Wie weit ist das entfernt? Vielleicht können wir auch so hinfahren. Bitte das Boot nicht schrotten. Das wäre sehr nett. Danke. Ja, das habe ich da noch 10 Minuten. Irgendwie bin ich da durcheinander gekommen. Muss wohl an den Lautstärken liegen. Also, am Knall, mit knallenden Türen und ne, das ist irgendwie nervös. Irgendwie. Dieses eignet sich nicht für tiefe Wasser. Wir wollen da hin. Das ist mir doch egal, ob das sich eignet. Das muss. Und fertig. Irgendwie ist es auch da hingekommen. Also, kannst auch zurück zum Festland. Das Festland zur Insel hier. Ne? Aber es ist mehr Festland als die Insel da drüben. Ähm, genau. Nehmen wir das noch mit? Ähm. Ah, wir sind schon da. Na komm. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Kafalenia. So, von der Struktur her, ne? Wo wir hier den, äh, Zyklopen besiegt hatten. So, so ähnlich sah das auch aus. Okay. Ja, hätten wir auch Atemtag machen können, aber gut. Dann gehen wir halt mal, diesmal, ein bisschen konfrontierend. Mann ist ja kein Kultist, also sollten die zu schwer sein. Oh, die kämpft auch, okay. Du solltest nicht kämpfen. Aber gut. Hier war doch auch noch vorne was. Oder auch nicht. Ach, da hinten. Wieso habe ich den nicht markiert? Ich bin doch überall rübergegangen. Icarus? Verschweigst du mir was? Hast du schlechtere Augen oder so? Komm, den werden wir wieder im Schleichmodus mit. Oder auch nicht. Oder doch? Alter, das war jetzt aber echt... Dumme KI. Eine sehr dumme KI. Der hätte mich sehen müssen. Zu 100 Prozent. Ich bin so dicht an ihm vorbei. Das war schon, äh, ne? Das war schon kein Glück mehr. Das war schon... Dummheit. Siehst du, der sieht mich auch. Aber weil er runtergegangen ist, ist das ein bisschen, ja, wie der dumme KI. Ja, siehst du? Sag ich doch. Ähm. So? Komm. Halt still. Ja, gut. Ich hätte ihn so leicht besiegen können. Ich hätte auch nicht schlecht an sich nehmen können. Ja, ich weiß. Geht aber noch schmutziger. Ähm, ja. Okay. So, da vorne war der Dings. Der Schatz. Jetzt, wo alles wieder ein bisschen ruhiger ist, können wir auch wieder ein bisschen schleichiger rangehen. Nü. So. Wer bist du? E-I-Sis. Wieder jemanden, den ich nicht gesehen hab. Oder Icarus. Eher gesagt. Okay. Das ist noch ein Befehlshaber und noch ein bisschen was anderes. Ich hab' ich ein Pferd gerufen. Egal. Mh. Ja. Nimm mit. Okay. Hier war auch irgendwo die Truhe, ne? Ja. Leiden ist noch ein Dings. Okay. Ein Hauptmann. Ein Befehlshaber, sorry. Befehlshaber. Den nehmen wir noch mit. Das passt noch zeitlich. Bevor ich mich zum zweiten Mal für diese Folge verabschiede, weil, ne? Ja. Zeitmanagement. Wow. Written by your life. Komm. So stark bist du nicht. Das seh ich nicht ein. Das seh ich so nicht. Okay. Die anderen haben wir ja so schon ausgeraubt, ne? Ist in Ordnung. Können wir nämlich nochmal gucken. Einmal ins Inventar. Bogen. Okay. Ah, ein schlechteren, ne? Ja, ein schlechteren. Hill. Die wir noch nicht tragen können. Äh, ja. Okay. Gucken wir mal auf die Karte. Was haben wir denn noch Schönes hier? Fragezeichen da oben, aber hier haben wir noch das Gasthaus. Das wir noch mitnehmen können. Und da können wir auch, wenn ich, sobald ich hier weg bin, hier schnell hinreisen. So. Komm. Jetzt aber. Ne? Da spare ich mir das Klettern. Wow. Okay. Ein bisschen die Glieder strecken. Ein bisschen zumindest. Okay. Dauert. Die dauert, ne? Joa, ich weiß. Okay. 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 So. Geladen hat er ja gleich. Vielleicht schaffen wir es sogar noch für die Folge. Dafür, dass es eigentlich schon zu Ende sein sollte, ne? Ähm. Vielleicht soll ich doch mal hier, ähm. Ja, okay. Hab's. Ich hoffe, das war's auch. Okay. Ähm. Du-du-du-du-du. Komm. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ach. Ganzhaft. Ich dachte, wir können ja einfach so rumlaufen. Ich weiß, du benutzt es ungern, Türen, aber... Komm. Ich krieg noch. Okay. So. Schatz, gibt den Nord. Ähm. Was macht der denn da? Das war jetzt aber nicht, oder? Ich glaub, der Ort ist jetzt auch abgeschlossen. Ja, sehr schön. Sag ich doch. Kriegen wir noch hin. Kurz weg. Sneaken. So ein bisschen. Ja, gut. Passt. Passt, passt, passt. Was haben wir bekommen? Dann kann ich mich gleich damit die Folge tatsächlich beenden. Das tatsächliche Ende. Für diejenigen, die weitergeguckt haben. Nach meiner letzten Verabschiedung. Nö. Ja. Ist in Ordnung. Können dann mal auch kurz auf die Karte gucken. Für das nächste Ziel der nächsten Folge. Äh. Dö, 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 dö. Das wollen wir nicht. Timotis. Was? Ähm. Kopfgeldstifter. Okay. Das ist das erste Mal, glaub ich, dass ich das sehe. Ich glaub, das nächste Mal machen wir hier das Fragezeichen, ne? Dann nehmen wir mal mit. Genau. Das war aber in der nächsten Folge, wie gesagt. Bis dann. Äh. Diesmal tatsächlich. Bye. Bye. Close the song. Close the song. Close the song. Close the song. Close the song.